Aho Rennen gab es natürlich viele schöne. Mein Lieblingsrennen ist absolut, da bin ich mit dem Herz dabei. 2004 schon die erste Teilnahme an der legendären Transalp-Challenge über die Alpen. Es ist fast jedem Mountainbiker ein Begriff. Acht Tage lang. Der Mythos Transalp, den gab es schon in den 2000er Jahren von Uli Stanzio ins Leben gerufen. Wurde auch 400 Bike berichtet. Acht Tage Höchstleistung. Jeden Tag neuer Etappenort. Acht Tage, 600, 700 Kilometer, 20, 22.000 Höhenmeter. Insgesamt 1200 Starter. Alle in einem Team. Also 600 Teams. Und das heißt gemeinsam leiden, gemeinsam lernen. Und ja, das ist für mich eins der Highlights. Noch ein zweites Highlight, so auch tief in mir, meinem ehemaligen Teamkollege Christopher Malitz, die Rundfahrt in Island über drei Tage um ein Vulkan. Bei sommerlichen Temperaturen zwischen 0 und 12 Grad. Bei Schneesturm und Sonne. Absolutes Neuland für uns. Da haben wir uns glaube ich schon auf die Zukunft vorbereitet, weil es war ähnlich wie auf dem Mond. Hat euch unser Video gefallen, dann abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke. Ja, und weitere Videos zu uns findet ihr dort oben.